Mein Name ist Hauptmann Ulrich Kühnl, ich bin Kommandant der Pirne Company Wasserbeweglich des Pionierpataillon 3 und ich bin hier mit meinen Kameraden am Truppenurisplatz Allensteig, konkret hier am Ottensteiner Stausee und wir erproben zum allerersten Mal am Wasser die Maschinengewehr Lafette 74 für das Maschinengewehr. Da gibt es einige Herausforderungen dabei, nämlich es ist noch nie am Wasser während des Fahrens mit scharfen Munition geschossen worden und wir machen das zum allerersten Mal im Rahmen eines Sonderschießens, was natürlich sehr viele sicherheitstechnische Belange beinhaltet und eine sehr große Herausforderung für uns Pioniere, für uns Melker-Pioniere darstellt. Bis zum nächsten Mal.